was ist denn ein fremdtag kalender sagt mir welchen tag wir haben montag schon das land was brauche ich denn ich brauche mein schwert zu meinem bogen und feile und ich sollte das geld am besten nicht vergessen abschließend und schnell zum landstor gehen hallo was möchten sie denn gerne haben ich möchte ja meine biskunde abholen okay dann bräuchte ich mal ihren namen mein name ist justin ach ja ich habe ja eine besitzerkunde für den namen aber was aber aber ich weiß nicht ob sie der richtige ja ich mach doch youtube das reicht doch ach so ja dann hat sich ja alles geklärt okay dann bitte die 2.000 euro okay hier zwei diamanten dankeschön und hier bitte sehr dankeschön tschüss auf wiedersehen auf wiedersehen japan 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017